So was macht man doch auch nicht Dann trink lieber Kaffee Oder Cappuccino oder so was Ich hab übrigens von der neuen Diät gehört Die üblichen Mahlzeiten auslassen und dafür Cocktails trinken Alkohol verdrängt wohl das Gehungergefühl so irgendwie So Kate Moss mäßig Hab ich nur gelesen bitte nicht nachmachen Oder probieren Meine Organe sind unbrauchbar seit 6 Jahren Julchen Ich spende dir meine verfettete Leber So gut wie kein Alkohol rangekommen Was gibt's denn der Skull Das ist aber gar nicht so einfach Wenn man so fette Hände hat wie ich hier Mit dem Controller eine Hand spielen Aber Moment wenn du kein Fleisch isst Hast du vorhin nicht geschrieben dass du kein Fleisch essen kannst Was wollen wir dann beim KFC Eine Pizza Sehr gut echtes Gamer essen Ich bin stolz auf dich Skull Ich bin stolz auf dich Ach komm 50.000 Ja, bezieht sich das jetzt auf die Story oder also was ich gerade gespielt habe oder was ich gerade rumgerannt bin mit dem Dino I don't know Haben wir jetzt die schöne Million zusammen? Yeah Da gehe ich in den Jurassic Park Achso Das hatten wir doch schon Hallo Ich möchte dich kaufen Enrique 50.000 Ich hoffe du bist es wert Enrique Iglesias haben wir jetzt Der hat seinen Namen geändert damit man ihn nicht erkennt Er ist inkognito unterwegs Inkognito So, kann ich hier noch jemanden kaufen? Ich will auch nicht in den Jurassic Park Da sind wir doch hergekommen Da steht nur Jurassic Park Kein Teil 3 Bin mir jetzt nicht sicher Hey schwarzer Mann mit Ohrhörer Ohrhörer Kopfhörer Ich kann die kaufen, ne? Nash 65 Die werden immer teurer Hm Oho Da ist Glas Was Und was zum Zielen Und Hier waren wir doch vorhin schon Alter, was? Hi Na Also Ja, ich hab's gesehen Ich will's Wuhu Moment Ich hab keine Frau Ich kann aber Moment Ach nee Das ist für freie Spiele, ne? Habe ich die jetzt nicht hinzugefügt? Egal Ähm Ich weiß nicht, was ich jetzt Ähm GZ 69 Eine sehr verspielte Zahl Habe ich die nicht gekauft? Ich wollte gerade sagen Ich hab ja ein Standbild gekauft Okay Mr. Cooper Wir haben dich Kann ich die nochmal kaufen? Ne Also Mein Problem ist jetzt Dass ich nicht weiß Wie kommen wir denn jetzt Zur Jurassic World Geschichte? Ähm Sausage Party Dieser Horrorfilm Nee Moment Von wo bin ich jetzt gekommen? Da ist ein blauer Also ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss Also nicht, dass ihr euch wundert Hi Na Kleine Frau mit Zopf 40.000 Oh Ciao Will ich den Dino Die haben wir füttern müssen Ja Ich hab ja aber gerade niemanden Der das kann Aber das da kann ich Was ist das? Ein Ei Ein Ei? Ei? Brauchst du ein Ei? Oh Oh Jetzt hab ich's abgelegt Ne Das war nicht der Plan Der zeigt doch da Der zeigt da runter Ne Was 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 Wo muss ich denn hin? Hä? Einmal ne Runde drehen Bitte Hallo Spiel Oh Das erscheint ein großes Ei zu sein Das Ding braucht mehrere Eier Das war jetzt ein Headbutt oder? Headbutt Ich hab mir noch ein Ei Klingeling 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 Noch ein Ei? Kannst du übertreiben Ja Wo soll ich denn so viele Eier herfinden? Moment Dafür brauche ich 30 So einen goldenen Dinger Hab ich nicht, oder? Das könnte ich wahrscheinlich Irgendwas tun Ich glaub das ist auch mehr fürs Fürs Freie Spiel Gerade hier Ne Okay Wie komm ich wieder zurück? Okay Ich glaub ich bin jetzt viel zu weit Ich bin irgendwo hingegangen Und ich weiß nicht wohin Und Hallo Will Und wo sind wir gekommen? Was ist das denn? Hi Ich ziehe dich nur raus Wenn ich dich kaufen will Okay Jetzt muss ich nur rausfinden Wie man von hier nach Costa Rica schwimmt Erster Schritt Schwimmen lernen Ich hab 31 Okay Erster Schritt Schwimmen lernen Ja Ich hab dich gekauft Ach Udesky Der möchte gern sollten Und der keiner ist Treppe rauf Treppe runter Und ich sterbe schon Ja Das Ja Geht mir eh nicht Was ist das hier? Nein Okay Hier waren wir vorhin Und wo sind wir jetzt gekommen? Nein Ich hab mich verirrt Ich weiß nicht wo wir sind Oh mein Gott Moment Wie haben wir eine Karte aufgerufen? Konnten wir eine Karte irgendwo aufrufen? Ohoho Von hier sind wir gekommen Richtig? Richtig Ich weiß grad wirklich nicht Ja lang Nee Nee Doch Kommen wir wieder zum Hubschrauber zurück Hi Kann ich dich kaufen Kann ich Gut gut Okay Wir machen das jetzt einfach mal Mal gucken wo wir jetzt hinkommen Aha Aha Und hier geht es dann tatsächlich zum vierten Teil Okay Allerdings Jetzt kommt ja nicht wieder die riesige Enttäuschung wahrscheinlich Oder Freude Oder Freude Ich mach Schluss Ich bin froh dass es mit OBS Studio geklappt hat Dass ihr mich immer noch hört Oder ihr hört mich nicht und seid deswegen noch da Ich weiß es nicht Jetzt war ich wieder vier Stunden unterwegs Im Jurassic Park Oder Jurassic World Aber der Sub-Alert ist überhaupt nicht gekommen oder? Das finde ich echt fies Ich lass mir da was einfallen Wegen den Sub-Alert Das ist Das kann so Also ne Das ist recht unfair Ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel Dass ich jetzt aufhöre Mit dem Stream Das mit dem Sub-Alert Julchen Das holen wir definitiv nach Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen Das darf nicht sein So was Blöder Sub-Alert Keine Ahnung Was da wieder Nicht funktioniert hat Ich lass mir da was einfallen Und allgemein Muss ich mich noch Muss ich mich noch Muss ich die OBS Studio noch ein bisschen angucken Und der Nitrox Call of Duty Call of Duty Call of Duty Ich danke jedenfalls Dass ihr noch da wart Ja Bei Lego Mit dem ollen Knurke Dass ihr durchgehalten habt Dass ihr nebenbei was gespielt habt Keine Ahnung Nächster Stream Werden wir sehen Bin ich mir nicht sicher Ob da morgen gleich was kommt Aber ich würde mal sagen Lego Lego lassen wir einfach immer auf Montag Lego ist immer der Montag Stream irgendwie Und ansonsten Wie gesagt Lass ich mir noch Irgendwas einfallen Genau Skalat schon enthostet Der alte Endhoster Achso Ja wir können ja Moment Wie geht das Wir können es ja hier noch So Was haben wir denn 33 von 200 Was sind das Schwarze Das sind Fotodinger Oder Kann ich hier Fotoapparate finden Rote Klötzchen Weiß ich auch nicht Muss ich mich noch Irgendwann Damit beschäftigen Okay Das scheint Zu funktionieren Große Kamera Habe ich jetzt noch nicht Obwohl doch Ich habe eine große Kamera Aber die lassen wir jetzt mal weg Ich will euch nicht noch erschrecken Ihr habt schon genug Durchmachen müssen Ähm Ich wollte jetzt gucken An wen ich den Host weiterreichen kann Wen habe ich denn hier Captain Knorke Wieso ist der Dann wieder auf Hitbox Okay Ähm Wen hostest du denn gerade Skull Aber Moment Ansonsten Ich kann ja einfach mal Er war ja vorhin auch schon hier Wir schmeißen einfach mal Den Herrn Du stoppt hosting Achja Achja den habe ich vorhin gehostet Den Cherry Keys Ähm Jetzt sagen wir mal Äh Ja Ich host jetzt einfach mal Irgendjemanden Und das ist wie gesagt Ich danke dass ihr da wart Ähm Nochmal vielen Dank für den Sub Julchen Und Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Ich hoffe ja Das wird uns ein bisschen Spaß Nebenbei Am Laufen Irgendwie So Dann wünsche ich euch noch was Schönen Feiertag Habt noch Spaß Zu wem auch immer ihr jetzt noch gehen werdet Und Ja Ich weiß gar nicht was ich noch erzählen soll Ich danke euch Mein Lied habe ich noch nicht bereit gelegt hier Sonst könnte ich noch meinen Abschlusssong singen Singen Ja Bringen Gut Macht's gut Euer Knorke Äh Knorke Nicht Knorke Knorke Tschö Tschö Nä of Ӕc Ich Du